und chef ja heute abend ist natürlich auch das bbs wird meine lieben also eigentlich ist es schon direkt danach eigentlich ist es schon direkt danach also wie gesagt ich habe bloß die zeit letzter woche freitag wie gesagt sollte man übernehmen keine videos mehr hochgeladen für heute und morgen was um die zwei betrifft seite vollkommen versorgt wirklich seite wirklich versorgt aber auch gerade heute abend das halloween event werden wir fahren ein problem es wird los halt ein polschen geben weil wie gesagt wenn wir jetzt quasi hier den ganzen das ganze aufnehmen wie gesagt wir haben heute ein bisschen was zu tun hier auf der farm oder auf der dann freue ich mich ja johannes auf jeden fall werde ich den spleen heute noch splitten also wir werden gerne 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 also wie gesagt das ist kein problem das bitte mal heute abend auf jeden fall wir haben gesagt dass wir heute am fahren das werden wir auch tun also dementsprechend dürfte auch keine probleme aber das heißt natürlich die die um sie zwei videos die jetzt quasi erstmal rauskommen die dürften die dürfen dürfen auch erst mal erst von samstagssonntag letzter woche sein das heißt wir was wir heute aufnehmen wird quasi auch für morgen quasi auch erscheinen also es kann ein bisschen viel sein an videos was jetzt kommt aber ich muss auch ehrlich ganz ehrlich sagen durch das durch die ets zwei woche die ich da jetzt hatte mit dem thunder und mit dem leben renne es war so geil also da hoffe ich nur dass das also auch du wo ja auch wo du dabei warst das war ja auch war auch der hammer also war richtig richtig geil hat mir richtig besonders gut gefallen so aber lassen wir das ets zwei oder das um sie zwei event ist mal außen vor ja ich habe ich habe ich habe gestern noch ein bisschen gelögt bei dir und wir werden auch das ganze heute auf jeden fall auch noch starten also ich freue mich schon wenn wir heute so viele sind vier von meinem chat ist hat vier stück wollten teilnehmen und wir sind jetzt halt erst mal heute dabei bei der forst ein bisschen transport zu ein paar sachen zu transportieren weil wir haben richtig viel richtig viel zu tun aber ich habe ja schon gesagt vielleicht hast du ja bock drauf zu kommen auch wenn es ein bisschen spazierfahrt ist aber gerade die ganzen rohstoffe in der woche wo wir fleißig für die expedition gefahren sind haben wir halt schon ein bisschen was vernachlässigen die hoffen deswegen ich weiß nicht wie lang es wird ich freue mich auf jeden fall dass die achterbahn nach und nach mal ihre ja ihr ansehen langsam kommt auch was haben wir hier passiert mein herzen hier erwischt so genau aber zuerst zuerst fahren wir erstmal die falsche richtung also wie gesagt so genau wer hat nämlich mal gesagt oder wir haben die produktion für holzfließen angekoppelt na und das ist nämlich das was nämlich jetzt der was nämlich jetzt für die achterbahn heute dran kommt falls jemand mit offen dc kommen will ausrufezeichen dc sollte aber gewarnt sein dass ich halt jetzt schon die aufnahme macht und ich freue mich auf jeden fall wenn ihr dazu stoßen möchte auch wenn sie ein bisschen mit schnacken rum schnacken ist so genau also jetzt schauen wir erst einmal dass wir mal hier die holzfließen geliefert bekommen denn wir hatten auch letztens ich glaube in der letzten folge aber hatte man nämlich ordentliche schulden gehabt die haben auch erst mal abgebaut so können wir uns mal kurz mal die produktionsstätte angucken weil ich war gestern abend schon drauf gewesen habe noch ein bisschen geschnackt das heißt geschnackt aber ein bisschen geguckt holzfließen also da ist ordentlich da wurde ordentlich was produziert so genau dann gucken wir gerade noch mal schnell bei der lieben achterbahn vorbei was er denn heute noch braucht an lieferungen so so jetzt die handbremse rein oh ja holzfließen und treppengeländer 200 stück ich glaube mit 10.000 dürfen sie eigentlich gut vorankommen markierung haben wir ja gesetzt jawohl dann holen wir mal uns die die städte gamingzone moin mein lieber ich hoffe du hast die discord nachricht heute gelesen aber die nachricht die ich schon geschickt habe die ganze schon wieder in die tonne kloppen heute abend um 8 uhr wollte ich den nächsten stream machen ok ja genau ich wollte heute na alles klar kein problem lass mich aber gerade mal kurz ach da sind sie ja ja leute da dürfte auch gerne mal den justin begrüßen im heutigen chat bei ok ja schönen guten morgen und mein lieber ja wie geht es dir schönes wochenende gehabt naja anstrengendes ne anstrengend was war denn anstrengend wir haben sonst noch Bundesligaspiel Mönchengladbach gegen Heidenhahn ach ja stimmt da war ja was ja fast ganz oben im Stadion gesessen wow ja zwei stunden autofahrt hin und fast zwei stunden zurück und die zwei stunden im dunkel ne na das höre ich auf jeden fall ordentlich was los ja ja ähm ja äh wups siehe Ruhe äh ja genau ich wollte eigentlich ähm zwei zwei äh ach jemini ich wollte es auf zwei Ebene heute machen also einmal ähm heute Abend zwei stunden ich also erstmal fahr ich wieder hier in Dreck zusammen das gibt es gar nicht ja warum machst du nicht die andere Seite der Planer auf ich weiß nicht ich weiß nicht mach die Seite zu und geh rüber auf die andere oder so oder so ja ich weiß ich weiß ich weiß aber ja nicht heute Abend ist bei mir schwierig äh ja unten äh das Baugrad ähm ein Modell LKW ein Modell LKW mit Mercedes-Benz äh Actros Gigaspace bei wem denn? ja bei uns im Kettler unten achso so ein Modell Truck Push ja ein Modell Truck achso so macht das also ach man war ja auch tot haha ich bin da tot ähm ja ne pass auf ähm folgendes äh weil der weil wir gesagt haben 30.31 da wird es halt schon entpassen ich fahr jetzt mal voll die scheiße zusammen aber ja auch egal ja ähm 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 ich hab die Ruhrgebiete habe ich erweitert also hast du schon gesehen ich hab ja schon gesehen das ist schon gesehen aber ja es ist schon ich hab ja gesagt ey 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 da war nur gestern 90.000 offen korte war in 165 was jetzt hier kaputt genau das ist verdammten 17.000 aus diesem äh ich hab schon weit über 1000 Punkte ich hab fast 2000 Punkte eingefahren ja macht dann mal deswegen macht er deswegen mal kein Stress das kriege wir haben das sind 17.000 die die uns im nächsten Monat richtig gut kommen können. Achso. Wow, sollen das jetzt diese... So, jetzt muss ich noch eine Sache an unserem Bus ändern und dann sind die 200 Prozent fertig. Ich habe vergessen, in den 2014er-Gelenkbus die Dingens einzubauen, die Innenanzeige. Ich fiel mir dann gestern Abend auf, als ich gefahren bin. Okay. Wie gestern Abend gefahren? Ne, vorgestern Abend. Ah, passt ja. Ich muss das mal hin vergessen. So. Halt. Sorry, sorry. Da ist es. Also muss ich die da nochmal nachladen, das passt ja. So, dann holen wir mal die Holzfliesen davor und wir direkt mal hier die nächste. Boah, ich habe mal kurz schmerzen, das ist ja absolut so hammer, ehrlich, ey. Boah, grünt mir der Schil. Moin Manu. Na? Moin Manu. Na? Zombie-Klatsche-Apokalypse hier. Ich werde morgen auch wieder am... am... am malochen, ne? Wir haben es ja alles geil heute Nacht gesehen, ne? Hehehehe. Paar schöne... Paar schöne Stoffpäckchen vorbeigebracht. Kaffee. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Dann gucken wir mal. Also ich hoffe, die Fliesen hier reichen jetzt, ey. Für den ganzen... Das erste Mal, dass ich überhaupt Holzfliesen hier ablade. Und mehr wollen die gar nicht? O.G. Na dann ernst, oder? B.B.B.B.B.S.O.G. ich glaube im main detail habe ich schon der falsche eingeteilt alles gedacht aber den habe ich dessen unter ja das stimmt ich war vorhin schon drin weil ich eigentlich noch mit daniel sprechen wollt ob er lust hat noch ein bisschen farben zu machen aber der ist schon fleißig am fahren sehr gut da wollte ich dann das weiter stören aber ich wollte gerade mal gucken kann man denn hier noch die fliezen loswerden und ja aber meine lieben am donnerstag und freitag wird es eine kleine kleine änderung geben wir werden da nämlich keinen simulator zocken sondern wir werden ein bisschen simulator zocken ich möchte mal ich möchte noch was anderes anfangen also was heißt anfangen markierung setzen ein bisschen abwechslung mit rein bekommen also wie gesagt auf der einen seite ist es schon zockt mir so mal so ein trusty durch die gegend so wir haben euch mal weg hier also krieg ich hier was war das spanngurz streck ja jetzt hier soll ich gucken wo meine kopfhörer sind ich habe mal ohne sms gekriegt die sind in zugstellung ok also bei dir war ja oder was hast du das nachbestellt ich habe sie neu gekriegt china china ich glaube ich dir war auch china mäßig die haben einen ganzen tag am gut verschissen im flughafen in leipzig gelegen beim zoll so sauer kann ich mir vorstellen dann noch mit dhl express versand und als ich das damals dahin geschickt habe hat das einen tag gedauert dann waren die da und jetzt brauchen wir auf einmal fast eine woche lol ach du liebe gut also hier kriegst du auch es gibt erstmal eine schlechte bewertung bewertung minus drei sterne ich habe sie wieder auf abwägen hier ja da bin ich richtig sauer ach komm mal ach ist er fertig wunderbar so das andere war wir bräuchten noch geländer 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 treppen geländer diese sendeverfolgung von dhl express die ist so Mist da steht immer noch dass die unterwegs sind ach da kriege ich auch schon wieder viel zu viel ach da kriege ich schon wieder zu viel ach der gibt erstmal eine gewertung von minus 100 ach boah jetzt mal richtig gerne raus das sehen wir mal eben mein pc zusammen stellen wir haben auch schon solche teile da reingeknallt ja apropos ähm ich hab gelesen oder ich hab ja mitbekommen äh weil letztens hat ja der wie heißt da Nilsson hat ja äh livestream gemacht ne und hat gesagt äh ich hab mitbekommen dass amd was die Aufnahme betreffend ziemlich heftig gewesen sein soll, dass die noch nicht so ausgereicht sein soll, wenn du während dem Stream schon eine Aufnahme machen willst. Ich muss aber, ich muss allerdings gerade sagen, weil als wir letzte Woche nämlich die ETS 2 Touren gefahren sind, konnte ich nur 1080 Aufnahmen machen. Jetzt habe ich allerdings noch mal kurz noch was neues probiert, also war ich ja mit 5.500 Bit hatte und jetzt habe ich einfach mal ein bisschen mehr gemacht, aufgedreht, also Standort auf 6.000 und schwuppdiwupps kannst du 2k machen. Also egal, egal wie du das machst oder wie du das versuchst, du musst für 2k sowieso über die 6.000 kommen, aber dieses Programm, was ich dafür hatte zum arbeiten. Also, ja. Ganz schön komische Sache, muss ich sagen. Ganz schön komische Sache. Das Ding ist halt, AMD, ja gut, okay, AMD ist halt noch nicht so wie... Das Ding ist halt, Intel ist halt für beides, für Gaming und sowas. Das ist halt für beides. AMD ist halt einfach rein auf Gaming ausgelegt. Das stimmt, das stimmt, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, da habe ich damit eigentlich so keine Probleme eigentlich jetzt habe. Also, wie gesagt, die... Voila. Da kriege ich immer noch mehr. Ich bin eigentlich soweit sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Dass das auch so klappt. Nur, wie gesagt, ist halt... Bei mir waren es halt so die Einstellung. Auch egal. Leute, kommen wir mal zurück zum LS. Und zwar, ihr glaubt, ihr habt das schon mitbekommen, dass dieser Post vor den roten Beeten draußen ist. Das heißt, es dauert nicht mehr lange. Ich glaube, es sind noch 15 Tage, bis das nächste Update erscheint. Juhu. Genau. Und...